Wohin führt der Weg, wenn wir nichts mehr haben, weil wir alles falsch gemacht haben, Tränen vergossen haben, warum läuft es nicht so, wie man es wünscht? Das Leben ist so unfair, die Zeit läuft mir davon, und wie soll ich sie bloß einholen? Hallo Herr Yellow, Sie haben die 3-Monats-Miete nicht bezahlt, Sie sind jetzt im Rückstand. Ich werde die Miete schon bezahlen, Sie brauchen keine Angst zu haben, sobald ich das Geld habe, bezahle ich es Ihnen. Ja, ja, das glauben Sie ja wohl. Ich werde Sie rausschmeißen. Sie haben 3 Tage Zeit hier auszuziehen. Und wenn nicht, hole ich einen Anwalt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ciao. Ähm, was machst du da? Ich muss es selbst mal machen. Ich habe keine anderen Möglichkeiten. Keine Miete, keine Arbeit. Sogar meine Freundin hat mich verlassen. Es gibt keinen Ausweg. Okay, da habe ich aber was anderes gehört. Echt? Ich würde mal lieber wieder runterkommen, weil deine Freundin ist im Krankenhaus. Oh. Oh, sie ist ins Krankenhaus. Und ich glaube sogar, sie will es nochmal versuchen, weil sie ist schwanger. Ah, sie ist auch noch schwanger. Jetzt kommen wir mal lieber schnell runter, weil sonst ist sie nämlich alleinerziehende Mutter. Hopp, hopp. Ja, okay. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So, ich hoffe, ihr euch hat das Video gefallen und gebt das Video einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt es einen Daumen nach unten. Aber dafür müsst ihr einen Kommentar geben, was euch da nicht gefallen hat. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal. Yo. Yo.